Ja, wie versprochen, jetzt bei mir zu Gast Eric T. Hansen, Autor von Deutschland-Quiz. Alles, was Sie über dieses Land wissen sollten und nie zu Fragen wagten, ist der Untertitel. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir alles noch nicht wissen über unser Land. Eric T. Hansen, Sie sind in Hawaii aufgewachsen und landeten vor rund 20 Jahren in Deutschland. Richtig, ja. Das ist okay. Ich finde es klasse, ja. Freut mich, dass Sie mit meiner Einleitung zufrieden sind. Wie kam es dazu, dass Sie nach Deutschland gekommen sind? Das interessiert uns natürlich jetzt alle brennt. Ich habe mich als junger Aferwei, der nicht surfen konnte, ins Mittelalter verliebt, ins europäische Mittelalter. Und ich wollte es immer sehen. Irgendwann musste ich einen Weg finden, nach Europa zu kommen, um das Mittelalter zu sehen. Und der Weg führte nach Deutschland, zufällig. Und so bin ich hier gewesen. Alles klar. Und dann sind Sie hier hängen geblieben und haben seitdem alles Mögliche erforscht, was die Deutschen ausmacht. Wir hatten es gerade eben von Goethes Faust. Ich war mal in Amerika, da haben alle immer Goethe gesagt. Ja, klar. Wenn man eigentlich quasi aus Deutschland kommt, aber bevor es wieder zu deutschen Klassikern wurde, um die Welt ging. Das finde ich typisch für Deutschland auch. Was macht denn jetzt den Deutschen im Kern aus? Das haben Sie ja quasi jetzt erforscht. In diesem Buch hier, das Deutschlandquiz, steht alles drin, was man über die Deutschen wissen sollte, oder? Ja. Hier gibt es ein, zwei Sachen, die ich noch dazu ergänzen würde. Aber ja, doch im Wesentlichen. Gibt es nicht noch ein neues Buch? Planet Germany haben Sie auch schon geschrieben. Die liebe Lungenreise handelt alles von den Deutschen. Und was den Deutschen im Kern ausmacht. Was macht denn nun die Deutschen im Kern aus? Was sagt denn der Amerikaner aus Hawaii? Eine Sache ist die Widersprüchlichkeit. Die sind einerseits das internationalste Volk auf Erden. Wirklich das internationalste. Ich glaube, es gibt eine Rechnung, die sagt, das Land mit den meisten ausgehenden Telefonaten, also ausgehenden Ferngesprächen, ist Deutschland. Deutschland hat, ich glaube, 38 Prozent jedes Brutus-Socialprodukts ist aus dem Export in Amerika, das große, empatistische Land, hat nur 10 Prozent Export. Das ist einerseits. Andererseits glaubt der Deutsche, dass er ein totaler Nesthocker, Provinztier ist, ein bisschen unbeholfen, der kennt sich nicht kosmopolit und so weiter. Das, was der Deutsche von sich glaubt, ist im total Gegensatz zu dem, was der Deutsche ist.